so aufgrund eines wunsches zeige ich mal das gehäuse ja so es geht ja eigentlich nicht zu alles ja die grafikkarte nutzt 2,5 breite hat die unten sind alle drin ich habe ja nur eine schraube mal kurz aufmachen die grafikkarte läuft nicht weil der dinge natürlich kalt ist das tut sich ja nix und da sieht man irgendwo die wasserkühlung das steht ihm nur mal ein bisschen vor ja vielleicht mit gewalt und brecheisen könnte man das vielleicht sogar noch reinpacken aber dann lasse ich mal lieber so wieder drauf machen hat ja hier diese diese nasen unten habe ich alle drei unten habe ich alle drei drin und oben wo sich das handy mal kurz abhegen und oben habe ich zwei drin einzig oder eben stört ist das da aber wie gesagt wenn man ein bisschen umfummelt vielleicht nicht man dann noch ganz rein gerückt aber ich wollte ja nichts kaputt machen das ist also einzige einzige was ab steht und das stört mich nicht weil ich das ding ja nur draußen brauche das ist auch